Okay. So, jetzt werde ich hier erstmal... Ähm... Ich glaube, das müsste so vom Chat hinhauen. Oder ich tue den Chat einfach neben mich. So. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Tja. Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt. Wurzel. Okay, doch nicht. Ich bin so doof. Ich kann da durchlaufen, Mann. Da bin ich mir stehen geblieben, da oben. Weil ich dachte, ich würde schon runterfallen. Ach ja. Der Nachfolger zu meinem Live-Let's Play von Bloom 2 ist übrigens schon gesichert, weil Bloom 3 rausgekommen ist. Das ist sehr schön. So, durchlaufen, durchlaufen, durchlaufen. Dankeschön. Das haben wir auch geschafft. Da kann dem Perfect Run ja nichts entgegenstehen. So. Ich denke mal, für Gold kann man schon ein paar Patzer machen. Weil das halt ein sehr langes Level ist. Zum Beispiel sowas. Was total bescheuert war von mir. Aber gut. Ja, für Mobile. Aber das ist halt scheiße, im Stream zu spielen, ne? Ich kann auch einfach die Cam auf mein Handy richten. Das ist halt scheiße, ich kann auch die Cameras machen. Das war jetzt eigentlich wieder unnötig, dass ich das gemacht habe. Okay, so. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Auf dem Weg zur zweiten Wand. Zweite Wand ist da. Okay. Das war auch sehr gut. Ach, nö, ey. Und jetzt fängt die Aufregung an. Und jetzt fängt die Aufregung an. Klar geht das auch über den Emulator, aber ich denke mal, auf dem PC wird auch die Grafik einfach besser sein. Als auf dem Emulator, ne. Ah, Gottes Willen. Okay. Oh, das war so ein Glück. Oh nein, jetzt bin ich auf den Beschissenen. Okay, haben wir eine extra Runde gedreht. Ich hoffe mal, dass das nicht so schlimm war. Okay. Letzte Wand. Aufregung. Das passt noch. Okay, wir machen noch eine Runde. 14. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Oh Gott. Der Scheiß. dieser scheiß Dino hat mich rumgedreht, falls ihr das gesehen habt. Also der hat, der wollte mich wieder wegdrücken so. Oh, Gottes Willen. Endlich haben wir da Gold. Dankeschön. So, was haben wir hier? Koala Kong. Yay, wir haben die zweite Insel, haben wir fertig. Heavy Machinery. Na gut, da haben wir wenigstens gute Musik, ne? Easy, mhm, ist klar. Oh, das war Glück, dass ich das überlebt habe. Oh, meine Maske. Schön. Die Maske ist wieder weg. Auch so schön. Ich muss mich jetzt erstmal an dieses Level wieder gewöhnen. Ist ja auch schon wieder ein bisschen her, dass ich das das letzte Mal gespielt habe. Ich merke auch irgendwie das Geräusch von den, ähm, von diesen fliegenden Plattformen, wenn die absacken. Was ist das jetzt mit der Plattform am Ende? Ich hoffe nicht, aber... Geh weg. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was hier... Ach, Evil King. Hallo. Ich weiß nicht, was hier an Gold benötigt wird für eine Zeit. Das war gut. Ich hätte gerne eine Maske. Da ist eine Maske. Nice. Okay. Nein, da muss ich doch gar nicht lang. Jetzt habe ich schon wieder eine Maske verballert. Oh, nein. Oh, nein. Komm her. Sau. Nehmen wir die drei Sekunden halt nicht mit. Ist auch okay. Ich höre das Ende. Ah, drei Sekunden waren da unten noch. Okay, sechs Sekunden könnten wir... Scheiße. Sechs Sekunden könnten wir gut machen. Ähm... Wo ist denn hier Bestenliste? Ja, sechs Sekunden könnten wir gut machen. Die brauchen wir auch. Scheiße. Ah, das fängt ja schon mal sehr gut an. Ich kann das den ganzen Tag machen, ne? So. Die Viecher mag ich nicht, weil man die nicht kaputt kriegt. Ich weiß gar nicht, ob man... Kann man auf die drauf springen? Ne, ne? Ich glaube nicht. Weil wegen diesem komischen Ding da, was da... so rausguckt bei denen... Zum Glück braucht man nur Gold, ja. Geh weg. Ja, dann... Ja, gut. Da bin ich jetzt einfach nur auf gutes Glück drüber gesprungen. Das ist nachvollziehbar gewesen. Auf jeden Fall. Es ist nachvollziehbar gewesen. Ne, man kann nicht drauf springen. Oder ich habe es verpasst ein bisschen. Oh, die Viecher haben mich schon im zweiten Teil abgefuckt. Schon im zweiten Teil, weil... wir auch jetzt gerade den dritten spielen, ne? Runter durch ist auch okay. Das ist gut. Können wir dem Dampf folgen. Okay. 1,47 war das, ne? Nein! Die Maske ist schon wieder verballert. Das wird sehr knapp. Okay, dann ist die... Nein, ich bin schon drüber. Verdammte Axt, ey. Kann ich das auch... Ja. Der Will hat es aber ganz schön in sich, ne? Problem ist halt die... volle Warterei. Und diesen dummen Drecksviechern hier. Oh, wir springen einfach in den Abgrund. T diret. Jakob Reicht Do U. Okay. nombre 그대로? Untertitelung des ZDF, 2020